Musik So und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Steep und ja heute am Matterhorn wahrscheinlich nicht nur am Matterhorn aber jetzt zumindest am Anfang werden wir jetzt hier erstmal die Events mit dem Wingsuit die es hier gibt jetzt bestreiten und ja das erste heißt hier La Vieux oder ich kann nicht wirklich Französisch wenn das so richtig war könnt ihr es ja gerne schreiben wenn nicht dann weiß ich es auch nicht und ja ich bin jetzt mal gespannt das ist ein Bone Collector heißt das Teil ist richtig riskant und schwer gut sieht man ja an der Einstufung schon aber die sind ja nochmal extra schwer und komm dann haben wir jetzt mal rein und na oh ja ich weiß was das für ein ich glaube das werde ich nicht schaffen ich weiß was das für ein Event ist Leute also ganz im Herzen ich probiere es jetzt ich probiere es nochmal aber ich glaube das schaffe ich nicht Kacke Scheiße Mann Was ist das Also ich bin in Steep ja schon einigermaßen gut aber äh so gut bin ich leider auch noch nicht What the fuck What the heck Was zum Geier Okay Leute Ähm Erstmal abbrechen So gut bin ich leider noch nicht Das lassen wir erstmal Und springen wir zu dem hier und hoffen dass das besser wird Ähm Ich glaube nicht Aber Äh Ja Let's go So komm Hä Hä What Hilfe Hilfe Okay Okay Runter da und komm Komm wir schaffen es wir schaffen es wir schaffen es Nein Was Oh man Das war aber jetzt wirklich knapp Äh das Event geht Komm das machen wir nochmal Ne bei dem ersten Event Also ganz ehrlich Da muss ich dann noch ein bisschen üben Im Wingsuit Das habe ich dann leider noch nicht so drauf Muss ich dann ganz ehrlich sagen Oh 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 Das habe ich verkackt Okay das war auch gar nicht so leicht Komm 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 Nein Oh, ich bin dran vorbeigeflogen Das ist gar nicht mal so leicht Mann Ja, leg dich mal schön auf die Mütze Und ja, dann würde ich mal sagen Passt das ja eigentlich auch so Mal gucken, was wir hier noch so haben Also vielleicht kommt es jetzt so ein bisschen vor Ja, probiert es sich gar nicht richtig aus Nur in Steve ist es halt leider auch mal so Wie in anderen Spielen Manchmal muss man auch erstmal ein bisschen die Dinge ruhen lassen Und dann nochmal irgendwann anderes neu probieren Und das denke ich mir jetzt auch hierbei Sonst überrackele ich mir ja einen ab Wie ein so blöder und schaffe es dann nicht Ähm Machen wir hier dieses GoPro Event mal Wo ist denn das Am Werte oder wie auch immer das heißt Oh komm, starten wir das mal Die meisten Springer träumen von dieser Strecke Aber nur die Besten tauren sich da wirklich runter Du wirst durch felsige Schriften fliegen Über die extreme Schneefelder bis zu einem Eisfeld ganz am Ende Das wird dein Netflix und dein Stresslevel ans Maximum bringen Aber ich garantiere dir Das wird ein verdammt geiler Film werden Ja geil Ähm Ich liebe dieses Event jetzt schon Ach stimmt, das ist das Ja Ich kann mich erinnern Das gab es auch schon in der Beta Mal sehen Äh Shit Ich unterschätze das immer Ich bleib lieb Ich bin halt so ein Typ Ich mach das lieber ein bisschen auf Vorsicht So Das könnt ihr jetzt sehen So Und jetzt hier unten rein Na Ich glaub das haben wir auch in der Beta mal gemacht Und sogar geschafft Dann weiß ich grad gar nicht mehr Also von daher So schwer ist das auch gar nicht Gehst du halt durch die Schluchten hier durch So Wow Oh man Okay Okay jetzt da durch Oh man Uiuiuiui Also ihr seht es Langsam wird es mit Wingsuit gar nicht mehr so leicht Da irgendwas Ähm Gameplay mäßig Beziehungsweise auch Generell Was zu erreichen Also da musst du schon ordentlich üben Und das werde ich jetzt auch demnächst Offscreen mal Damit Ich das Ganze dann auch alles Mal im Gold schaffe Und das werde ich euch Dann werden wir das dann alles nochmal machen Auf jeden Fall Da könnt ihr sicher sein Denn Wie gesagt Manchmal Ist es halt dann auch so Dass man Nicht so ganz gut ist Aber das wird dann halt auch mit der Zeit noch Nein Oh man Ey das ist jetzt nicht dein Ernst Oder Naja wir haben es einen Punkt schon weiter geschafft Als vorher Autsch Komm Das schaffen wir jetzt Einmal mache ich es jetzt noch Ernsthaft Ne Es ist Schluss Nein Ich mache was anderes Waaat Achso Das war das Ich dachte gerade schon Sieben Minuten mit dem Wingshut Wie soll denn das funktionieren Ähm Was haben wir denn hier noch nicht Das hier Es ist Nur noch schwere Sachen Ich glaube es nicht Was wie er duckt Was Wie er duckt Haben wir das nicht schon mal gemacht Das haben wir doch schon mal gemacht Hä Was Habe ich das nicht geschafft gehabt Oder was Das haben wir doch schon mal gemacht In einem anderen Wingshut Äh Video Da haben wir das doch hier schon mal gemacht Ich glaube da habe ich Habe ich das Das habe ich doch geschafft gehabt Oder Na gut So nett Äh Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben Äh Das habe ich doch aber geschafft Ich weiß es gerade gar nicht Aber ich bin mir sicher Also wenn ich es geschafft haben sollte Dann wurde das Dann wurde bei dem neuen Ähm Update Ein paar Oh man Ein paar Sachen sogar gelöscht Was ich jetzt Joa Ein bisschen Doof fänden würde Denn Man sieht ja gerade schon Ich bin hier schon auch wieder am kämpfen Aber ich weiß es Ich weiß es nicht Komm Jetzt Ein letztes Mal probieren wir das noch Ich weiß auch nicht Irgendwie der Wingshut Das ist Ja aber irgendwie sind auch Habe ich so das Gefühl Alle Events von Wingshut Auf schwer Wow Oh man Ich bin zu spät ausgewichen sogar Verdammt Okay komm Jetzt Ein allerletztes Mal Aber irgendwie will es heute nicht laufen Wingshut Also Ist gerade nicht mein Tag Kommt halt auch mal vor Aber Naja Es gibt noch bessere Tage Und Ich Bin jetzt auch nicht so einer Der dann mal sagt So komm Das zeige ich euch nicht Ne Ich zeige euch das Auch wenn es mal nicht so gut ist Denn Das gehört zum Spiel dazu Ausprobieren Und dann neu dazulernen Auch mal negative Erlebnisse zu haben Es ist einfach so Das gehört dazu Auch nein Ja doch Ich glaube das hatten wir nicht geschafft Ja irgendwie Das wird gerade auch nicht Und Ja Da ich das jetzt nicht alles noch provozieren will Und mich noch unnötig aufregen will Würde ich mal sagen Beende ich die Folge hierfür Heute Und ja Wenn euch das Video gefallen hat So Auch wenn es jetzt gerade Nicht so erfolgreich war Wie jetzt in der letzten Folge Ähm Hoffe ich Dass Ja Wie gesagt Es euch gefallen hat Ja Lasst doch gerne eine Bewertung da Und dann bis zur nächsten Folge Steve Bis dann Ciao